Die Idee war die Spiegelreflexion. Das ist nicht Aliboris Theorie. Ich habe die Reflexionstheorie entwickelt. Alibori hat sie mir gestohlen. Aber als wir beide vor dem Spiegel getanzt haben, da habe ich nur mich gesehen. Von ihm nicht. Ich wünschte, ich hätte mit ihm getanzt. Ich bin müde. Da ist der Orion. Herrlicher als der bestirnte Himmel. Über uns ist nur das Universum der Logik. In uns sind wir sicher. Tod sicher. Hey, oh hey, wirklich Steffel, Professor. Nur ein Quiz und es ist passiert. Zu viel Neugier bestätigt, Professor. Man muss werden, was man bestoliert. Sie unterschätzen die Wissenschaft von Korlock. Ich werde sie in Alkohol einlegen und meine Asservatensammlung einfallen. Bald werden sie nur noch in Gruselromanen ihr Unwesen treiben. So, Frau Jesu, was würdest du, Alfred? Was würdest du, Alfred? Was würdest du, Alfred? Wenn es du, Alfred, ich bin ich. Er verkönst sie! Sie waren wohlfessor, Alphysseel, genüht längst mir. Oh, 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 oh. Ah, mächtiger. Oh! Sehr interessant.